Es wird sehr schwer sein für ihn, in ein Spiel reinzukommen. Ja, jetzt geht es schon Schlag auf Schlag. Zunächst Schöne und der Zeitpunkt. Haas kann sich ein bisschen wegziehen vom Abwehrspieler, aber der THB ist schon seit dem leicht gehaltenen Ball. Oh, ist der hoch. Was war denn das? Also da kennen die Leute heute keinen Passant. Ein bisschen glücklich, dass der Ball zu spät kam, aber so muss man es lösen. Oh, das ist ein Torwartball. Herr Erovic hat ja schon gesagt, das ist meiner. Gut, da haben die Schiris, glaube ich, nicht aufgepasst. Das war ein Stoppfehler von Zeitz. Christian Zeitz haben sie nicht im Griff. Ja, sie sind da. Ich gehe nicht ins Vielen Dank.